Leute, willkommen zurück zu Minecraft Live Folge 8. Genau, hier steht schon Folge 8. Im letzten Part habe ich mich ein bisschen vertan. Da stand... Ach, äh, 6. Ja, genau. Ähm, ja, das war jetzt nicht so schlau. Ähm, aber ich dachte, es wäre schon der Part 6. Äh, es wäre erst Part 6, aber es war schon Part 7, Leute. Tja, heute machen wir einen Spielplatz. Genau. Einen coolen Spielplatz. Und den bauen wir hier hin. Ich würde sagen, ich baue den so etwa hin. Den werde ich erst mal einzäunen. Genau. Soll es nicht so groß werden? Also so ist schon okay. Er wird dafür ein bisschen länger, würde ich mal sagen. Man könnte auch sowas wie ein Chaos Cell machen, aber das mache ich heute mal nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Nämlich, wir bauen eine Schaukel. Genau, eine Schaukel. Das ist ein bisschen groß. Ich mache es so. Das ist gut. Gut, wir werden vielleicht noch größere Spielplätze machen. Ich gucke mal. Aber so ist schon mal ganz okay. So ist gut, ne? Und bald werden noch Parkplätze kommen. Aber alles, ja, nacheinander, ne? Erstmal einen Spielplatz heute. So ist ganz cool, ne? Also, es ist was kleineres. Also, wie schon gesagt, ne? Was kleineres erst mal. Und dann machen wir hier so einen Eingang. So einen Zaun. Also hier so einen Zaun, dass man hier reingehen kann. Und das ist der Spielplatz hier. Es ist ja relativ klein, ne? Aber, ja gut. Ne? Dann, das soll so ein bisschen bläulich werden. Dann habe ich jetzt einfach Lapisblöcke genommen. Das sind Lapisblöcke, oder? Ja. Ähm. Einfach so auf Spaß, Mann, ne? Und hier bauen wir als erstes die Rutsche. Genau. Da habe ich auch Schienen. Übrigens, ich habe Schienen. Und deswegen habe ich auch Schienen gekauft. Ja, dass man hier runterrutschen kann. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie ich die mal... Ich habe mal schon mal eine Rutsche gebaut. Ich weiß nicht, wie ich die gebaut habe. Ich will jetzt mal gucken, ob das klappt so. Und es klappt wirklich. Die ist ein bisschen gefährlich, die Rutsche. Aber hier... Das geht schon. Ja, die Rutsche, die hat irgendwas. Die sind ein bisschen aus wie ein Elefant. Ja, nicht wie ein Elefant. Aber irgendwie erinnert mich das an was. Ja, das ist die Rutsche. Ah, gut. Ist ein bisschen zu klein, würde ich sagen. Hier, aber das geht schon, hoffe ich. So, dann machen wir die Schaukeln. Genau, wir machen die Schaukeln. Nein, da machen wir keine noch hin. Äh, nee. Oder warte mal. Ich mache hier eine Schaukel hin. Hallo. Und hier. Ja. Können wir mal machen, so. Ähm. Ein bisschen höher. Genau, hier. Und so. Dann. Dann noch da unten. Aber klappt das? Nee, das klappt nicht. Aber ich mache das einfach anders. Ähm. Warte mal, wie könnte ich das auch noch machen? So. Und dann hier ein Block. Und dann kann man noch mal eins nach unten machen. Na ja, dann ist es halt in der Luft. Ja. Ist egal. Ähm. Ich glaube, wir machen das ein bisschen. Nein, nicht ganz auch. Ein bisschen größer. Und macht das weg. Hallo. Macht das weg. Das weg. Ähm. Ah, das ist ein bisschen blöd, so. Okay, das ist eine Schaukel. Das sieht ein bisschen hässlich aus. Leute, ich mache mal irgendwie. So. Das sieht jetzt hier zwar nicht so cool aus irgendwie, aber ich kriege das jetzt auch nicht besser hin. Und die, ähm, Rutsche habe ich auch schon gemacht. Auf jeden Fall hier, ne? Hier ist die Rutsche und hier ist der Sandkasten. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Rutsche nochmal ein bisschen verändert. Also. Aber man klettert halt hier jetzt. Ohne es fängt an zu regnen. Oh, ich habe vergessen, die Leiter nochmal hin zu machen. Also man klettert halt hoch, ne? Und dann rutscht man runter. Ist ganz okay, ne? Und. Ja, hier ist dann Sand. Und ja, hier soll wohl ein Sandkasten sein, ne? Warum denn nicht? Und jetzt baue ich noch eine Schaukel. Die mache ich dann hier hin, würde ich sagen. Hier so etwa. So, ne? Genau, und die mache ich dann ein bisschen nach oben. So. Ist es genauso hoch? Ich glaube schon. Ich hoffe mal. Und weg mit den Zaun. Dann mache ich hier noch so ein bisschen. Ja, ich glaube so. Und dann hier ein Block hin. Und ab nach oben. Genau. So sieht es aus. So soll es aussehen. Das ist ja ein Minispielplatz. Man könnte theoretisch noch den Sandkasten ein bisschen größer machen. Oder man kann doch auch, ist es vielleicht sogar, vielleicht hier Sand hin machen. Einfach so, ne? Dass hier ein bisschen Sand ist. Dann, wenn man runterfällt, dann, dann in den Sand fällt, ne? Dann ist es schon sicher. Ja gut, Gras. Ist eigentlich auch okay. Aber ich mache mal Sand dahin. Genau. Dann noch die zwei Blücke raus machen. Und dann Sand. So. Das mache ich dann auch nochmal hier. Und dann bin ich fertig. Hiermit. Also, ich habe schon mal einen Spielplatz gemacht. Aber dann fand ich den ein bisschen besser. So, den ich als erstes gemacht habe. Der ist aber auch ganz okay, würde ich sagen. Ne? Also, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Man könnte auch noch heftige Sachen machen. Aber habe ich jetzt mal nicht gemacht. Vielleicht mal irgendwann. Und übrigens, ich will auch ganz am Ende ganze Straßen machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Zum Beispiel einfach den Blumenweg. Ich weiß nicht. Einfach einen Blumenweg. Der heißt dann halt so. Die Stadt heißt Blumenweg. Wo halt ganz viele Blumen sind. Und genau das war's. Mit dem Video. Spielplatz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das geht ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und schreibt mir mal wieder in die Kommentare, was wir bauen sollen. Und wie der zweite Hund heißen soll. Weil der Hund heißt, glaube ich, Peter, ne? Ja, und wie soll der Hund heißen? Der hat noch keinen Namen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und das ist dann gut so. Genau, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ciao. Kakao. Kakao. Kakao.